Du möchtest rausfinden, wie du bei Facebook richtig deine Zielgruppe targetieren kannst, dann bleib auf jeden Fall heute bei diesem Video dran. Lass uns schon mal ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich nach diesem Intro wieder. Ja, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Ich habe heute den Nico mitgebracht, ich bin der Saad. Und wir wollen heute ja so ein bisschen über das Thema Targeting sprechen, targetieren. Wir beziehen uns jetzt primär auf Facebook, Meta, aber natürlich gilt das ähnlich auch für andere Plattformen. So, ja, fangen wir erstmal an mit so den Basics, sagen wir es mal so. Das Wichtigste und passiert leider immer nochmal wieder, aus jüngster Vergangenheit gerade ein Beispiel wieder gehört, du suchst in Hannover, aber deine Werbung wird in Berlin gezeigt. Also ganz, ganz einfache Anfängerfehler, dass man einfach den falschen Standort auswählt. Und das heißt natürlich, dass man Geld, Impressionen ins Nirgendwo ausgibt. Das ist halt letztendlich einfach Geld, was du aus dem Fenster schmeißt. Hier gibt es auch leider eine kleine Problematik, ein kleiner Hinweistipp von mir. Oft passiert das auch, dass man bei Facebook eine Kampagne ändert oder ein Ad-Set ändert. Und dann springt das Standort-Targeting automatisch von deinem Umkreis auf deutschlandweit. Das kann manchmal passieren, das ist tatsächlich sogar mir mal passiert. Deswegen erwähne ich es mal. Also ganz wichtig, erstmal den richtigen Standort. Zweiter Punkt ist, dass sehr, sehr viele immer noch versuchen, heutzutage über das Interessentargeting zu arbeiten. Das heißt, es gibt auf Meta so eine kleine Kachel und da kann man Interessen eingeben. Und was für Interessen hat dieser Mensch jetzt zum Beispiel jemand, der eine Küchenwerbung ausstrahlen will, gibt da Interessenküchen ein und so weiter. Das hat auch mal früher funktioniert, vor etlichen Jahren. Ich sage das bewusst vor etlichen Jahren, weil sich die Datenschutzgesetze immer wieder ändern. Sprich, Meta hat sich da viel geändert und es ist schwer, in genaue Interessen Daten von Menschen zu sammeln. Und jeder, das kennst du bestimmt auch, ist, man ist nicht mehr so bereit wie früher, seine Daten überall einzutragen. Kleines Beispiel, als Facebook gegründet wurde, haben die meisten das wirklich genutzt als Timeline. Das heißt, Facebook hat da wirklich eine Person kennengelernt. Das ist heutzutage nicht mehr so, sondern es wird eher nach Interessen gefiltert, die du nicht eingibst, sondern die du sozusagen anklickst oder anschaust oder Videolänge und so weiter. Diese ganzen Parameter. So, und jetzt ist das natürlich so, jetzt kannst du diese ganzen Interessen eingeben. Nur meistens bringt das nichts, sondern verkleinert nur deine Zielgruppe. Was wir hier empfehlen, ist, das Ganze auf ein Pixel zu machen. Kurz gefasst, was ist ein Pixel? Ein Pixel ist auf Facebook, Meta oder gibt es auch bei allen anderen Plattformen. So was wie ein Datenspeicher, der sammelt Daten von jeder Person, die damit in Kontakt tritt. So, und wenn man das Ganze dann auf Pixel basiert macht und das vielleicht dann auch über mehrere Werbekonten oder mehrere Kampagnen, die eine ähnliche Zielgruppe besteuern oder bestrahlen wollen, dann kann man daraus oder darüber auch gewisse Events triggern und danach auch, nachdem die Leute sich eingetragen haben, die Daten sozusagen verwalten oder diese Bewegungsmuster. Dazu erzählt dir aber der Nico nochmal ein bisschen genauer was. Ja, vielen, vielen Dank erstmal für die Überleitung. Du hattest gerade gesagt, nachdem sich jemand eingetragen hat, genau das wollen wir uns jetzt im nächsten Schritt anschauen, weil ich erlebe es relativ häufig auch immer noch, wenn ich mit Partner von uns spreche, dass, ich sage mal, oft Entscheidungen getroffen werden, einfach nur anhand der Anzahl der Anfragen. Also ich habe vor mir auch zehn Bilder, so ein Bild hat irgendwie zehn Anfragen generiert, das andere acht für das gleiche Budget. Automatisch müsste Bild eins ja das Bessere sein. So kann man verstehen den Gedankengang. Hier würden wir aber auf jeden Fall empfehlen, gerade wenn es um das Thema Targeting geht, auch wirklich sich den Schritt zu machen und Anfragenqualität zu bewerten. Weil Anfrage ist nicht gleich Anfrage. Jemand, den du nicht erreichst, der ist für dich natürlich weniger wert als jemand, der bei dir 20.000 Euro ausgibt zum Beispiel. So und deswegen ist es ganz, ganz entscheidend, wenn wir über das Thema Targeting sprechen und auch darüber seinen Zielkunden besser kennenzulernen, irgendeine Option zu finden, die Anfragenqualität zu bewerten. Erstmal zu bewerten und dann natürlich auch zu messen, wenn du Partner bei uns bist oder Partner im Generellen bei uns, die bekommen dafür eine Software in die Hand, wo das alles ganz flüssig automatisiert geht und wir können das Feedback auch direkt bei Facebook mit einspeisen. Wenn du das nicht bist, dann musst du dir natürlich eine andere Lösung überlegen, zum Beispiel von mir aus am Anfang eine Excel-Tabelle. Da reicht es wirklich zu sagen, okay, ich pushe mir meine Leads hier quasi rein oder das, was ich letzten Endes damit generiere, können ja auch Bewerber sein. Und ich habe von mir aus hinten irgendwie die Möglichkeit, diese Anfragen zu bewerten, weil wenn ich mir dann anschaue, okay, was für ein Targeting habe ich jetzt verwendet, welchen Pixel habe ich vielleicht verwendet und was sind da am Ende des Tages für Anfragen draus gesprungen, dann muss ich die Qualität hier eben auch mit berücksichtigen. Also als Beispiel, wenn ich zwei Zielgruppen gegeneinander teste, so die eine Zielgruppe hat jetzt eben 100 Anfragen generiert, die andere 50, dann würde ich daran natürlich vielleicht schon mal messen, okay, es gibt vielleicht irgendwelche Unterschiede, aber was ist denn mit der Qualität? Also beim Beispiel Anfragen, wie viel Umsatz hast du denn mit diesen 50 Leads gemacht und wie viel Umsatz mit den 100 Leads? So, das kann Unterschiede geben. Und da ist es halt wirklich enorm wichtig, wenn wir über Targeting sprechen, einfach mal zu gucken, okay, wie messe ich jetzt die Qualität meiner Anfragen? Ich würde es am Anfang nicht zu kompliziert machen, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man das macht, aber am Ende steht immer die Frage, ist geeignet oder ungeeignet? So, und da hast du auch von uns verschiedene Videos hier auf diesem Kanal, wie man das rausfinden kann. Also auch ein ganz häufiger Fehler, den ich leider immer wieder höre, ist geeignete Anfragen kaufen was, ungeeignete Anfragen kaufen nichts. So, ja, ich kann den Gedanken verstehen, aber natürlich schießt man sich damit ein bisschen ins eigene Bein, weil es gibt ja trotzdem Kunden, die zu dir und deinem Unternehmen vielleicht passen. Das heißt, die wollen das Produkt, was du anbietest, die wollen es auch innerhalb der nächsten Zeit, die haben vielleicht auch nötige Geld, um das zu bezahlen, aber am Ende trotzdem nicht kaufen aus irgendwelchen Gründen. Und die jetzt nicht mitzunehmen, quasi in die Gesamtbeurteilung als geeignete Anfragen, kann man machen. Man nimmt sich damit einfach nur extrem viel Zeit weg, weil natürlich der Algorithmus, wenn man ihn so nennen möchte, dann wesentlich langsamer lernt. So, von daher, ganz einfaches Schema eigentlich, du guckst dir die Videos an auf diesem Kanal zum Thema Qualifizierung. Da gibt es eine einfache Entscheidung, ja oder nein, entweder besteht jemand diese Qualifizierung oder er besteht sie nicht. Und dann kann man eben auch weitergehen und sagen, gut, wenn er sie nicht besteht, ist er nicht geeignet. Wenn er sie besteht, ist er geeignet. Ob er denn kauft, sind nochmal andere Faktoren für abhängig. Aber ich weiß, dass diese Person geeignet ist für meine Dienstleistung, für mein Produkt, wenn sie die Vorqualifizierung überstanden hat. So, und das gibt mir halt extremste Hebel. Und das sage ich auch immer wieder unseren Partnern, wir wenden es natürlich so an. Aber wenn jemand jetzt alleine Werbung macht, dann nutzt doch auf jeden Fall die Möglichkeiten, die Meta, Instagram, Google dir geben. Also du kannst da wirklich viel mit machen, du kannst da viel steuern. Aber viele Leute haben halt wirklich viele Anfragen. Die Anfragen werden im besten Fall noch auf fünf Vertriebler aufgeteilt. Nach drei Monaten guckt man sich mal an, wer wie viel Umsatz geschrieben hat. Und dann wird entschieden, ob diese Marketingmaßnahme sinnvoll ist oder nicht. Ist natürlich unter uns gesagt Käse, wenn man so möchte. Dann beraubt man sich ganz, ganz vieler Möglichkeiten. Und von daher ein sauberes Tracking, vor allem auch ein sauberer Prozess. Also es bringt dir jetzt nichts, wenn ich einen anderen Prozess nutze als der Kollege zum Beispiel zum Vorqualifizieren, weil wir einen anderen Standard haben, sondern der Standard muss immer der gleiche sein. Und wenn du das bei dir etabliert hast, wie gesagt, Partner von uns bekommen da 1 zu 1 Vorlagen, dann hast du auch keine Schwierigkeiten mehr zu bewerten, ob eine Anzeige gut ist oder eben auch eine Zielgruppe. So, und das ist ein essentieller Part dafür, um zu bewerten, auf welchen Weg man jetzt gerade ist, wenn man eben so eine Kampagne schaltet. Könnte man jetzt aber auch wieder Bücher drüber füllen. Das Thema Targeting ist eine Sache, da beschäftigen wir hier mehrere Leute Vollzeit mit. Es macht auch definitiv Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, weil am Ende des Tages, wenn du ein gutes Produkt hast, ein durchschnittliches Produkt, aber du zeigst es den richtigen Leuten, dann hat die Werbung trotzdem Erfolg. Und dieses den richtigen Leuten zeigen, das ist ja eben Marketing. Was halt natürlich auch sich geändert hat, muss man auch sagen, dass der Algorithmus von Facebook auch natürlich im Bereich Texte mit targetiert. Also das richtige Copywriting ist natürlich auch ein Part davon und die richtige Grafikgestaltung ist auch ein Part davon. Also es ist einfach nicht mehr wie früher, dass du einfach nur da ein paar Punkte aufgezählt hast und gesagt hast, ja such mir solche Leute. Und es ist einfach ein größerer Kosmos geworden, der dazugehört. Ja, das vielleicht noch dazu. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, könnte man jetzt noch weiter ausschlachten. Wir wollen den Rahmen des Videos aber natürlich nicht sprengen. Schau dir die Videos an, die wir empfohlen haben. Natürlich auch alle anderen Videos hier auf diesem Kanal. Wie gesagt, lass uns ein Like und ein Abo da. Und dann danke fürs Zuschauen.